Und damit, Willkommen zum Zocker-Haufen! Wir haben schon ein bisschen gezockt, damit wir nicht so als Vollnoobs rumlaufen müssen und ein paar Tiere abschnappen, das ist ja langweilig. Wir wollen schon richtige Action erleben. Lass mal die Quest beginnen. Du bist ja noch weiter hinter uns. Level 8. So weit ist es auch nicht mehr, ich bin Level 12. Was bist du eigentlich, Devis? Ich glaube Level 12, ja Level 12. Sehr gut. Ja, ich bin der Tank hier in der Gruppe. Florian ist der Mager, wie man sieht. Und der David macht einen auf Paladin. Also so ein Allrounder oder so. Ey, das war ein Viech in Ruhe da. Das ist ein böses Vieh, ey. Das ist normal beim Paladin, der muss halt Dämonen auslöschen. Ja, Mann. Ich muss erstmal wieder auf das Spiel klarkommen. Müsst du die noch anquatschen? Ah, das ist eine Frau. Ey, ich muss die noch anquatschen. Das coole ist, ich muss mit den Scheiß jetzt nicht mehr reinziehen und kann einfach weiter drücken. Haha. Ich drück's auf, Alter. Ja, hier unten ist noch was. Hier sind noch mehr, Alter. Hier sind so Säcke, die müssen wir aufmachen oder was. Woran müssen wir hier so Säcke aufmachen? Hier so eine Nebenkarte. Keine Ahnung. Ja anscheinend... Hey, wo geht's denn hier lang? Vorne in die Höhle rein. Vorne in die Höhle. Müssen wir da rein? Ach, da vorne, ja okay. Ich glaube schon. Schon. Schon und niemand getötet, Alter. Ach, ein Mann. Liegt noch was? Boah, fuck. Ist abgefackelt, Alter. Ich stehe in eurer Zeit. Ich würde es abfackeln. Ach, Mann. Hä? Schwägt. Se ia, hä? Hey, der hat er als Monster gefunden. Ich kann's kaum glauben. Was ist denn da? Haben uns ein Hebron? Nein, dasn Schwert hab ich gefunden. Kä, wie komm ich denn da rein. Was direkt und klopft den neuer. Aber, was klopft denn da? Na wachwaut mal kurz. die macht irgendwelche magischen shit ich habe ein schwert gefunden stufe sieben ich brauche nur zauberstelle was hast du gefunden ja dann was mit mir ja das ist für stufe sieben ach so jetzt habe ich aber einen stab gefunden ahornflammenstab stufe 7 schaden 239 ich habe einen grünen stabel ein stabes 275 stirb du kleiner kobler wir müssen wieder mit der regen oder mit dem geschafft oh mein gott das war so schwierig scheiße was kommt jetzt du führst an flo voll einfach einfach abgestochen voll easy guck mal was ich hier da raus war der tot wo geht der hin was ist das denn hier für ein rotes teil das habe ich gerade beschworen guck mal das hat so ein umfeld und hier drin seid ihr einfach stärker ja wie geil ist das denn das blutbrunnen wir können schon richtig die leichen liegen naja aber es ist schon ziemlich geil das teil kannst du einfach so errichten hat eine lange abklingzeit aber hier ist eine truhe gib mal her scheiße ich gehe mal da oben nochmal mit dem reden schon wieder was ist denn man gleiche Stiefel das ist gerne brauchst du die ja reich da schießt einer wieso schießt er denn auf mich flo brauchst du Stiefel leichte Stiefel warte mal was die haben äh ich habe welche Stiefel da 87 haben die und die die Gewehre 30 maximale Ausdauer ich habe Panzerstiefel 325 Stiefel 8 325 Ausrüstung ja ok gut dann sind das ja voll die Mülldinger ok dann guck mal wie es weitergeht ok ich habe 437 man ich konnte es nicht mehr mit ansehen wie immer mehr zu was geht denn hier was meine Stiefel sind hast du die Kistel aufbekommen 325 ey meine Stiefel sind nicht mal besser als Florence oder was 325 ey Panzerstiefel des Gampen Zerstampfers hey kann man auch Runen finden und sowas ne du nicht alter du kriegst hier nicht das ist schon genug so das wars jetzt können wir wieder in der Hauptquest weiterlaufen ok du musst in die Hauptquest besser hin ok wir kommen und retten dich ich bin ein billiger Begleiter ich bin ein billiger Begleiter Baby Guy warm nice der drauf faszin fetzen meine ich natürlich das ist geil wo die Stiefel ich hab noch ne Kette gefunden für Stück bisschen easy peasy hier aber hier ist Holz zum Hacken geil dass das Spiel einfach nur aussieht ja was ist los muss wieder auf den Platz gucken gibt's ja irgendwo rum ne ist hier nix ne ist hier nix alle tot hier die ganzen was ist los so mal sehen wo wir lang müssen ne wo ist der Anführer hier da vorne mit Arithil sprechen ok lass mal nur ohne Schuhen gehen was soll das denn aber der hätte ich einfach teleportiert wie geil ah cool er ist hier aber ich hab keine Ahnung hier der hier oder was der oben im Haus was wollen die wollen die töten naja ich hab einfach mit denen geredet die haben mich den Held von Davons wach genannt aber was das bedeutet seht ihr in einer anderen Folge auf die ok ne hier ich weiß nicht wir müssen erstmal durch das ganze Dorf wieder durch dann kommt das nächste Klauen dann dreht schon hier muss ich mal in meine Ego Sicht wechseln Geil komm hier ist ein Kiste in einer Stählin da ist schon einer am stehen na weiterlaufen wo bist du? mir hat das geklappt hat man dich erwischt? die wache ist sicher die müssen gleich alle platt machen ich hab irgendwas cooles geklappt ich guck mal gleich nach ich stuhl in der Gegenstand ok ach ja die kenn ich doch noch die hier vor waren wir haben auf jeden Fall viele Quests was ist denn los? die kämpfen gegeneinander wo seid ihr? oh die kämpfen hier gegeneinander mal sehen wer gewinnt geht der voll dazwischen mal weiter geht's ich brauchst du ein Vieh ich würde ein Flugvieh haben am besten wo müssen wir nach mal weiter nimmwurz nimmwurz unter der Brücke ich hab's gefunden weg da du Wasser viel zu schlecht man nein herzbekommen nimmwurz nimmwurz ja mann boah da bin ich jetzt keinem oh nein alter rette mich dann nimmwurz ja mann boah der stirbt nicht dann ich bin weg hier ok der stirbt doch gar nicht oder? ne ne der friert gar keine Energie der friert doch gar keine Energie alter ja boah der schießt boah ich bin zu streng geworden alter spieler was war das boah haut der mich auch noch weg ich musste am weg schreien muss ich mir fragen alter shit ich kann jetzt mal mal Sachen reparieren ne wie karriere ich nochmal ne wieder ganz verrückt ne die behindert ihr da also leute clown ist schlecht boah macht mal gesetzt ey ist der feuchte wegschrein oder? ja ja wer ist denn in der stadt drinnen? wer läuft denn hier? wir müssen da ich bin hier in der stadt drinnen weil ich hier am wegschrein gespawnt bin wo müssen wir hin? hier zu areti also ich bin beim flohren hier es wohne ich zu dem wegschreien wie weg von fahren wie weg von fahren wie weg von fahren? ok guck mal jetzt mach ich ja noch so n teilen wo geht das hier ne? alter was war das für ein typ? können wir es mal erklären? das war ne wache was ist das eben? hast du gesehen wie ich meine hände heben musste? doch dann bist du mich da draufschlagen ey oder was? ja man ich seh euch auf der karte gerade gar nicht auf der karte aber wir sind irgendwo Richtung die zu diesen zwei schwertern nach Norden muss jetzt links diese diesen fahrt hoch ich brauch nen händler weil die strichen sind voll welche zwei schwerter junger? direkt zu ja geh mal weiter wir sind hier oben auf dem weg zu uns alter auf der karte da unten seid ihr der ach find so krass ok mir musst du doch nen headler geben oder? seid gegrüßt weil die ziehen nicht mehr über Schwertwünsche hey warum sind die Wachen so stark? alter klaut er hier gerade was? hallo einen dessen Soldat ok aha keine händler hier müssen wir in die stadt handeln gehen ja die stadt ist da oben oder so keine ahnung ja dann lass mal weiter gehen warte hier ist ne Mission die kann ich machen ob man oder die Quests hier machen hier unten willkommen im Krieg Alexandra Konele befehlt was was hier mal die Quests hier die Quests hier welche Quests ich weiß nicht warum sind wir hier hier ach so wir waren erfroren Hauptmann Norris so jetzt fette Quests hier auf jeden Fall überlebende besucht die Schlammhäute überlebende was weiß gar nicht was ist das ach die Fischer ja boah jung hab ich ja irgendwo gezogen easy Dinger alter das hier war das das hier war das das hier war das ach du scheiße kein Problem schon ist die Energie wieder voll und ich blitze noch ok müssen wir die Fische überhaupt machen ach scheiße man auch ok hier diese Dinger da wo ich hab schon du brauchst die Beine leichte Rüstung hab ich 290 gewährt 97 maximale Magiker 325 ah ok kritische Treffer das macht noch ein Magiker hoch um 97 das ist 290 brauchst du nicht was macht ihr da halt ihn ab davon ach ich hab keinen Platz mehr hey was soll das ach ich auch nicht ach ich auch nicht ach ich meine mach dir eine mach's wundern für mich ach jetzt ok hey ich muss noch mehr von Haufen finden musst du diese Fische töten oder was ich muss dir diese Haufen kaputt meiner ich verdanke euch mein Leben ey verpiss dich meiner hier ist ein Stab Level 10 290 Stab ja cool ja grüner Stadt was ist das denn hier für ein Monster wie nice ja ja warte das ist kein Monster gewesen so wie kann ich das geben da musst du ja ach da musst du diese Dinger hier kaputt machen wie kannst du mir das nicht geben weil ich muss erst mal Platz machen kannst du mal schick gehen wir wollen nichts mit kaiserlichem zu tun haben so geht doch wir sind die Nord wir sind die Nord ich geh mal ein bisschen kämpfen ich hab jetzt Platz vereinbart ok und jetzt achso ich muss R drücken glaub ich abgestochen ja ich nimm den ganzen Scheiß mit und verkauf den dann korrekt man der PC äh ich muss jetzt den Leutnant retten Schiff ok wo ist der Leutnant? vorne kommt es ah hier ist ein Rezept noch geile Sache ein Stiefel 108 ah komm her immer noch dicke Viehfettig wo seid denn ihr jetzt? superattacke tot du mal den du hast dir was drücken du hast dir was drücken geil ne? aua soll man noch den Typen da raus einfach umgeboxt was macht ihr denn da? stirb einfach boah hier ist nicht mehr das funktioniert krass Sache aber hier ist noch ne Glühfe drin und die nehm ich noch mit wasserhiazante was war das denn für ne Attacke ey du kleiner Schiener Mann was ist denn du hast ja überwisch gesprungen bringt ja auch nix ähm alle verkaufen den ganzen Shit hier ich hab nur noch einen Helm für Stufe packt wo willst du hin? mal ein paar Ringe für Stufe 10 naja Stufe 10 könnte er bestimmt gebrauchen können wir gleich mal austauschen verstatten nichts mehr ja du musst erstmal Shit verkaufen ne ich will die abhauen ne keine Chance boah ich will die auch haben obwohl egal ich hab keinen Platz mehr stirb du kleiner Bastarde gib mir deinen Shit wo ist denn der typ, ist der auf dem schiff oder was? ja ja ok ich hab den schon platt gemacht, auch schiff was ist denn mit dem? ok das ist einer von uns die haben einfach niedergeknüppelt ja man, ist jetzt hier runter oder was? ich weiß nicht ist hier Luke ach da runter oh yeah, die beiden kommt jetzt dran was macht der da? voller typ hier drüben scheint einen kampfschutz zu finden, was geht hier ab? tschö geht gar nix ab müssen wir hier irgendwas machen? ah, ich seh nix ja, halt, gerettet hier ist die bei euch nicht da? nein, nein nein, nein nein, nein vor uns ist keiner findet ding da ist er wieder, er hat's geschafft ja so viele Schütze verkaufen, der eh nix wert ist, ey reiset wie weg aber was soll's, ne? ja, gerettet gerettet die toten zählen auf euch ihr müsst sie befreien einfach mal schön ins Wasser gejumpt wo ist der Flo? wo willst du hin? abstechen ich brauch wieder ein Schwert, ey ich wüsste hit shit ja korreste ja korreste jetzt raus diese korreste hallo Ich bin hier am Strand, da liegt noch was für mich. Ja, hier können wir kochen, ne? Echt? Ach ja, stimmt. Das brauchst du. Steuerstelle genutzt, ne? Der wollte mir alle... Ich kann noch nix machen. Ich kenn nur... Ich kann alkoholische Getränke machen. Aus Gerste. Ich kenn gar nix. Nussbraunale. Komm, wir machen drei Stück. Kriegt jeder eins gleich, dann trinken wir das. Ich hab's selber hergestellt. Nussbraunale oder so, keine Ahnung. Hey, ich? Kein. Ich hab den Bogen zerstammt. Okay, wo ist dein... Nettro? Hier hinten. Hier fand ein... Hinten nach da vorne, meinst du? Das ist vorne, Junge. Oh Gott, der hat ein Pferd, ey. Riesig. Ja, das ist... Geil. Hat bestimmt 90 Euro für ihr bezahlt. Was ist das denn hier vorne, müssen wir das hier machen? Geil. Ah, ich muss die Skelette suchen. Ah, ich muss die Skelette suchen. Okay. Kommen mir keine Gegner eigentlich bei den Skeletten? Ah, da hinten sitzt er. Oh, so sind Schwierigkeiten. Ah, ein Gürtel. Ah, im Grunde unnötiges W. Zeig mal den Gürtel her. 139 ist höher als meiner. Bei meiner... Reduzelt die Kosten vom Sprinten um 7% und 39 Ausdauer. Nein, dann bald sparen lieber. Das Wasser hat Freund und Feind gleichermaßen verschlungen. Scheiße drauf, ne? Hehehe. Yo. War das schnell tot. Boah, ich muss den ganzen Shit hier verkaufen, die ich hier aufs Summiler. Ja, ich auch. Guck mal hin. Ah, das ist gerade jetzt geschwitzt. Ah, das war ja hier, ne? Die Gegend. Stimmt. Na ja. Hallo. So, haben wir's geschafft. Gern mal hin. Ah, keine Ausdauer mehr. Habt ihr die Knochen? Wie wird's Kinder können nun entfrieden tun? Ich spüre es in meinen Knochen. Ich komme einfach nicht. Dreh dir mal. Hehehe. Was? Ja, was? Ich mache hier gerade eine Quest. Was für eine Quest, Alter? Die wir gerade gemacht haben. Die Liga ist am Boden. Getränk stehlen. Okay. Ja, mach das. So, so, so. So, aber jetzt. So. So. So, jetzt. So. 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 So, das war die erste Folge unserer Reihe. Eh so. Mit. Mir, First Blood und. Mir dem Rook. Und mir dem Fazifista. Klar, Leute. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Haut rein. Ciao. Ja.